I'm a soul man, I'm a soul man, give me some, I'm a soul man. Edel, dynamisch, ausdrucksstark. Das ist das neue Kampagnenmotiv für das Modeengagement von Mercedes-Benz Herbst-Winter 2011. Modefotograf Craig McDean inszeniert den neuen Mercedes-Benz CLS mit Topmodel Carolina Kurkova. Das Ziel, ein Designkunstwerk und eine der schönsten Frauen der Welt auf einem Foto. In diesem Fall wollte ich ein echtes Modefoto machen. Es soll den CLS nicht statisch wie in der Werbefotografie abbilden. Ich wollte das Auto und Carolina in Interaktion versetzen. Kraftvoll und zugleich feminin soll das Motiv sein, ein Balanceakt. Carolina Kurkova posiert in einem extravaganten Cocktailkleid ganz in schwarz. Das Topmodel ist sofort fasziniert von ihrem Shootingpartner. Ich hatte heute so viel Spaß. Ich durfte mit den Besten der Besten zusammenarbeiten. Zum Beispiel David James und Craig McDean. Außerdem hatten wir das beste Hair-and-Make-up-Team, das beste Studio, das beste Set und hoffentlich das beste Model. Nicht ich, der CLS. Captivated heißt das Motto der Kampagne. Craig McDean möchte mit seinem Motiv fesseln. Das schafft er mit reduzierten Mitteln. Schnörkellose Eleganz, keine Farben und dafür umso mehr Kontrast. Premiere feiert das Motiv im Januar auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.